vier bretter 40 sticks noch mehr habe ich gerade nicht kommt gerade selbst nicht mal zum zocken weiß gar nichts zu keinem spiel das ist doof ich habe übrigens da können wir vielleicht gegen ende des streams noch mal sprechen vorhin so ein video gesehen über so kleine in die spiele die in der letzten zeit so rausgekommen sind und da bin ich schon ein bisschen neugierig ich weiß gar nicht brauchen wir oben noch mauern das könnte ich ja schon mal ein bisschen was hochschicken hier zum beispiel ja das ist ja deswegen sage ich ja zum ende ich habe fotos davon gemacht also ich habe mir ein video angekommen von games nee von game two und die spiele die mir gefallen haben habe ich abfotografiert weil ich mir die namen nicht merken konnte und ich wollte mal gucken welche davon nicht vielleicht auch bei steam bekomme kevin braucht mir zu lang alter wie viel brauchen noch 36 also wir übermorgen noch nicht fertig ich hole mal welche von drinnen war das ding ist natürlich dafür müssten wir natürlich auch erst mal andere sachen beenden oh nein cat dog auf den habe ich ja bock wie viel kann ich 15 20 20 kann ich cat dog cat dog und ich habe kein bock auf cat dog okay gerade sagen ich habe mehrfach gedrückt und er wollte die rüstung nicht tragen okay okay ah da hinten ist er oh 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 du dämliche Fotze ich hasse den ne das ist so mit meinen wie soll ich sagen mein mein hast mutant oh ich habe keine keine dings mehr oh ich muss mal wieder unterwegs sein aber wenn er sich da so reinbackt könnten wir glück haben oh gott burn baby burn natürlich löscht er sich und ertrinken tut er auch nicht wer will stirbt schon wieder nicht ne ach bärbel warum ach so ich wollte gerade sagen der wollte gerade den bogen nicht ausrüsten bärbel was sitzt du denn da so gemütlich kannst du nicht mal schießen danke wir sind ja nicht im urlaub verfickte scheiße oh nein kevin kevin hat ihn weggelockt kannst mich doch nicht so erschrecken danach klito chris nee muss nicht sein jetzt brauchen wir zwei schädel verdammt äh schädel da oben irgendwo ne danke ok kevin hat ihn weggelockt ich guck mal da oben ist so dieses kleine minicamp ich weiß nicht ob wir ein oder zwei schädel da kriegen kettig ist der schlimmste zweiten platz belegt klito chris ja der ist auch nicht so geil aber ich glaube der stirbt wenigstens früher habe ich auf jeden Fall so immer im Gefühl so guck mal hier schädel und schädel ups ist hier nicht irgendwo noch ein Seil genau so auch dieses kleine camp lohnt sich dir ist kalt und du bist nass das ist ja echt mega krass ich bin auch fett und rolle wie ein Fass alter dieser turm ich habe eben erstmal nur den turm gesehen und nicht das Haus auch schon sehr geil so kevin ist wieder da die Babys sind da toll ach kevin du kommst auch mit jeglichem Scheiß hier an ne naja was soll ich sagen die sind jetzt ja erstmal da drüben so wir müssen jetzt da in der Mitte wieder Dinger anbringen also Holzstämme dann müssen wir das abstützen und die vorderen wegnehmen und dann müssten wir unten komplett frei sein das ist jetzt die Idee dabei wie gut die Idee klappt weiß ich nicht ich fäll erstmal im Baum der Turm müsste eigentlich so hoch sein dass man keine Karte mehr braucht boah ich weiß nicht ob das schon fast zu krass wäre ja war klar dass ich den da reinbauen muss ich weiß nicht ob ich so hoch komme mit dem Turm sieht aus wie eine amerikanische Hinterlandkapelle oh das wollte ich eigentlich nicht so einen brauchen wir noch danke ähm mal eben kurz vorsichtig rüber ich weiß nicht wie es mit den Babys aussieht aber Kevin ist ja noch am ah da hinten laufen sie alle fuck ich glaube die muss ich töten ich glaube die werde ich so schnell nicht los ich glaube die 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 Und wieder Willkommen in Kaktus Andys Abtreibungsklinik. Erfolgreiche Abtreibungsquote auch nach der Geburt. So, wo ist Kevin? Ach geil, das Ding sieht man sogar auf der... Steine oder Stöcke. Ich glaube, was ich eher brauche, sind Steine. Wo ist denn der Honk? Da hinten irgendwo. Es sind noch Babys unterwegs. Für die Babys Mollys. Ne, diese Mollys sind mir da irgendwie zu schade. Weil... Weil ist so. Nein. Ach, ich brauche noch zwei. Verdammt. Werbel, hast du ein paar Babys erledigt? Habe ich noch Holz hier? Oder muss ich nochmal... Ich muss nochmal einen fällen, wa? Ach, Andy, ich hole Alex von dem Jukebox-Zwerg. Der kann Kinder pränatal abtreiben. Wat? Wer? Who the fuck is this? Muss man den kennen? Wäre die nächste Frage. Wohl doch keine hundertprozentige Erfolgsquote. Wieso? Sind doch tot. Okay. So. Und jetzt müssen wir uns voranarbeiten. Hier muss einer rein. Und dann brauche ich halbe. Auf was schießt du? Da drüben sind schon... Oh, wehe. Es kommen jetzt wieder Blinde. Aber erst beim zweiten Versuch. Auf Blinden habe ich jetzt wieder keinen Bock. Ach, der rote Hulk ist wieder oben drin. Warum auch immer. Ich wollte gerade sagen, wie ist er da reingekommen? Aber es ist ja wieder Eis. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh, ich brauche halbe. Dann gehen die mich in Ruhe lassen, lasse ich die auch in Ruhe, ne? Wir haben ja... Wir haben Dinge zu tun. Wir haben Arbeit zu tun. Ich wiederhole mich nur ungern. Es ist Winterdenkern, speichern. Ja, geht los. Noch geht es mir gut. Ich habe fast komplett volle Rüstung. Das wird schon funktionieren. So. Den legen wir mal eben ab. Nein. 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 Könntest du dir die Deponia-Reihe vorstellen? Point and click. Point and click. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe... Ich glaube... Vor kurzem mal... wieder ein Point and click Adventure gespielt. Allerdings mit mäßigem Erfolg, weil... davor... war das... bestimmt... 20 Jahre her. Wenn nicht 25. Dementsprechend... brauchte ich sehr, 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 sehr... viel... Hilfe... vom Internet. Achso. Ich brauche wieder einen halben. Kann ich ja auch... Oh nein. Der geht nicht. Warum geht der nicht? Achso. Weil ich halbe brauche. Also vom Humor weiß ich, dass die Ast rein sind. Sind ja allgemein. So Point and click Adventures haben... ganz gerne mal... sehr geilen Humor. Ich habe... vor kurzem... wer es noch kennt... Day of the Tentacle nachgeholt. Weil ich habe in meinen jungen Jahren... nur... Oh, wie hieß denn der Vorgänger davon? Irgendwas mit Menschen. Den habe ich nachgeholt. Achso, ich brauche den halben. Ich muss jetzt aufpassen, weil da drüben sind natürlich auch welche... die wollen mir ans Leder. Äh... So. Also. Sehr cool. Meine Idee scheint zu klappen. Die reißen da irgendwie genüsslich mein Haus ein. Die haben Spaß da dran. Ist mir sowas von egal. Solange die mich in Ruhe lassen. Aber so groß ist mein... Oh, da ist er. Da ist Kollege. Oh. Das ging voll in die Fresse. Bärbel, ich bin... kann stolzer nicht sein. Oh, geil. Das funktioniert auch noch so, wie ich es mir gedacht habe. Wer hätte das denn gedacht? Mal ganz ehrlich, wer hätte das gedacht? Muss ich nur gucken, wie baue ich das am besten ab? Am besten, indem ich... Die wieder nutzt, ne? Achso, ich brauche erstmal nur... Warte. Ihr merkt gerade, ich gehe nicht speichern, ne? Das ist... Für mich ist das Leben am Limit. Wahrscheinlich für euch auch. Ey, das ist so geil. Dass das funktioniert. Ich muss mir, glaube ich, gleich einmal den Wagen holen. Damit ich den ganzen Quark hier wegholen kann. Aber... So. So. Das heißt... Ähm... Die... Geschichte hier mit dem... Balkon... Er speichert nicht, bis er gett... Er klatsche... Und sie fressen... Und sie fressen... A heavy klatsche... Und sie fressen... Bis weiten Anlauf. Nur dezentes Herzrasen bei dem Gedanken, dass die Mutanten den ganzen Erfolg kaputt machen können. Aber ich, äh... Ich find... No risk, no spaß. Ihr müsst mal ein bisschen mehr... Ähm... Vertrauen in mich haben. Ich mein, ihr habt doch schon... So viel Skill... Bewiesen in diesem Spiel. Oh Gott, da muss ich selber lachen. Ich speicher gleich. Denk an den letzten Winter. Ja. Ungern, aber ja. Ich speicher gleich. Ich schwör. Ich will gleich eh den Wagen holen. Ich wollte nur jetzt gucken... Ne? Oh ja. Ich wollte nur jetzt gucken. Damit fängt das immer an. Ich will ja nur mal kurz... Ich will... Knack tot. Okay, jetzt... Wo ich es nicht mal mehr schaffe, wieder auf den Balken zu balancieren... Sollte ich langsam speichern. Mein... Skill für heute ist aufgebraucht. Zack. Ich will jetzt mal kurz... Okay. Okay. Ich will... Ich will... Untertitelung des ZDF, 2020